Nikon kaufte diese Woche einen anderen großen Kamerahersteller, Leica stellte die neue SL3 vor und es gibt neue Infos zu Sonys vermeintlichem Wow-Produkt, für mich persönlich aber viel, viel aufregender. Fotografix News hat Geburtstag und zur Feier kann ich euch stolz mitteilen, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Fotografix News mit Video. Bevor ich später noch ein wenig ins Detail gehe, hört ihr Fotografix News lieber auch weiterhin in der klassischen Podcastform, wird sich nichts ändern, also seid beruhigt, wenn ihr alles so mögt, wie es aktuell ist und an einer Sache hat sich natürlich auch nichts geändert, denn Fotografix News wird gesponsert von Fotokoch, eurem und unserem Partner für Fotografie und Videografie. Aktuell gibt es bei Fotokoch einen Sofortrabatt für fast alle Nikon Objektive, steuert am besten den Link in der Podcast- oder jetzt auch Videobeschreibung an, um zur Aktion zu gelangen, an dieser Stelle verrate ich euch schon einmal, es gibt 10% Rabatt und einige Objektive sind leider von der Aktion ausgeschlossen, lohnen tut es sich trotzdem. Mit der SL3 hat Leica eine neue Systemkamera im klassischen DSL-M-Look vorgestellt. Die neue Kamera basiert nun auf dem rückseitig beleuchteten 60 Megapixel CMOS Vollformatsensor, den wir schon aus der Leica M11 und auch aus der Q3 kennen. Dieser arbeitet in der SL3 mit dem Maestro 4 Prozessor zusammen, den es sonst nur in der Q3 gibt. Wie bei allen anderen Modellen könnt ihr zudem die Auflösung auf 36 oder 18 Megapixel beschränken, wobei immer stets die volle Sensorfläche genutzt wird, es gibt also keinen Crop. Wie Leica selbst sagt, ist das neue Flaggschiff-Modell zudem kompakter, leichter und noch benutzerfreundlicher als der Vorgänger. Der Hersteller aus Wetzlar hat zudem die Ergonomie des Gehäuses, der Tasten und des Bedienrades optimiert. Spannend ist zudem ein komplett überarbeitetes Interface, also ein Menüsystem, das in der Farbtrennung strikt zwischen Foto, Rot und Video, Gelb unterscheidet. Apropos Video, bei Videoaufnahmen löst die SL3 maximal mit 8K bei 30 Bildern pro Sekunde mit dem H.265 Codec sowie Apples ProRes auf. Bei 4K-Aufnahmen sind dann sogar 60 Bilder und bei Full HD 120 Bilder pro Sekunde drin. Als weitere Neuerungen verbessert Leica den Autofokus. Das neue System vereint erstmals eine Phasendetektion, eine Objekterkennung per Tiefenkarte und eine Kontrasterkennung in einer SL-Kamera. Wie heutzutage so üblich, bekommt ihr eine intelligente Motiverkennung dazu, die auch unter schlechten Lichtbedingungen zuverlässig funktionieren soll. Was gibt's noch zu Leica SL3 zu sagen? Der elektronische Sucher, den Leica iRes nennt, löst mit 5,76 Millionen Bildpunkten ziemlich scharf auf und bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Der 3,2 Zoll große Touchscreen ist zudem nach oben und unten neigbar und Leica hält sogar noch einem 1,28 Zoll großen Top-Display fest. Ausführlicher stellt Jonathan euch die neue Kamera in seiner News auf Fotografics vor. Link gibt's natürlich auch wieder in den Shownotes. Ich verrate euch an dieser Stelle zumindest noch den Preis. 6800 Euro müsst ihr einplanen. Damit ist die neue Kamera 800 Euro teurer als die SL2 zu ihrer Einführung. Schauen wir einmal rüber zu Sony und eine ganz kurz andere Meldung von vor ein paar Wochen. Die Seite Sony Alpha Rumors will damals von einem Wow-Produkt erfahren haben, an dem der Hersteller aktuell arbeite. Jetzt ist es recht wahrscheinlich, dass es sich bei diesem neuen Produkt um ein neues Objektiv handeln wird und neue Gerüchte sprechen dabei von einem 24-70mm mit einer durchgängigen Lichtstärke von f2.0. Das wäre insofern beeindruckend, da bisher kein Hersteller jemals einen 24-70mm mit einer derart hohen Lichtstärke oder durchgängigen Lichtstärke gebaut hat. Vergleichen ließe sich das Objektiv lediglich mit dem 28-70mm f2.0 von Canon. Im Vergleich hierzu wäre das Sony aber noch ganze 4mm weitwinkliger. Das neuartige Sony-Objektiv soll sich in Sachen Größe und Gewicht angeblich auch an dem Canon-Objektiv orientieren. Dieses wiegt 1430g und misst in etwa 10-14cm. Konkrete Hinweise darauf, wann Sony das Objektiv auf den Markt bringen will, gibt es aktuell noch nicht. Auch zum Preis wissen wir noch nichts. Wir schätzen aber, dass hier die Marke von 3000 Euro mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten werden wird. Da ich aktuell noch nicht so viel weiteres berichten kann, an euch die Frage, fändet ihr ein 24-70mm f2.0 spannend oder vertraut ihr lieber auf Festbrennweiten? Seit ich mir damals persönlich das Sigma 24-70mm f2.8 Art gekauft habe, nutze ich kaum noch etwas anderes, aber vielleicht seid ihr ja weniger faul beim Objektivwechsel. Nikon hat vergangene Woche den Hersteller Red gekauft, eine der großen Größen in der Welt der Cine-Kameras. Damit steigt der Traditionshersteller also in einen wachsenden und durchaus lukrativen Markt ein und schnappt sich dabei einen Hersteller, dessen Kameras schon für Filme und Serien wie Der Hobbit, Eine unarbeitete Reise, The Witcher, The Irishman und meinen persönlichen Lieblingshorrorfilm Midsommar verwendet wurden. Nikons plötzliche Zuneigung zu dem Unternehmen mag einige von euch überraschen, denn zuletzt schlugen sich Nikon und Red ein wenig die Köpfe ein. Im Sommer 2022 hatte Red nämlich Klage gegen Nikon eingereicht, da die interne RAW-Komprimierung der Z9 eines ihrer Patente verletzen sollte. Der Streit zog sich damals über mehrere Monate, am Ende einigte man sich außergerichtlich und fand sich wohl ganz sympathisch, denn zur neuen Übernahme teilt man jetzt mit. Diese Vereinbarung ist das Ergebnis des gemeinsamen Bestrebens von Nikon und Red, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und durch die Kombination der Stärken beider Unternehmen ein außergewöhnliches Benutzererlebnis zu bieten. Sind wir also gespannt, was die erste Nikon Red so auf dem Kasten hat? Sobald sie erscheint, gibt es hier natürlich alle Infos. Zwei Softwareankündigungen möchte ich euch diese Woche nicht vorenthalten, weil ich euch aber noch von etwas anderem erzählen mag, fasse ich mich ganz kurz. Luminar ist jetzt auch für das Apple iPad erschienen. Skylum bietet hier wiederum viele KI-Funktionen, die Jonathan schon vor dem Launch der Anwendung ausprobieren konnte. Was er von Luminar auf dem iPad hält, das liest ihr am besten in seinem Hands-On. Link findet ihr wieder über die Shownotes und in der Videobeschreibung. Als zweites Update hat die XO die Anwendung PureRaw 4 vorgestellt. Dabei führt das Unternehmen eine neue Generation der eigenen Rauschminderungstechnologie namens DeepPrime XD2 ein. Natürlich soll DeepPrime XD2 noch bessere Ergebnisse liefern, das wäre auch komisch sonst. Zudem habt ihr jetzt ein wenig mehr manuelle Kontrolle. Die KI soll mit einer Milliarde Bildern trainiert worden sein und euch steht jetzt erstmals eine Echtzeit-Korrektur-Vorschau zur Verfügung. Mehr Infos gibt es auch hier in unserer News auf fotografics-magazin.de Ein wenig hatte ich das in den vergangenen Wochen schon angedeutet, aber Marc und ich haben so ziemlich seit Jahresbeginn an einem neuen Projekt gearbeitet. Und zwar an einer Video-Version von Fotografics News und an dem Start eines eigenen YouTube-Kanals. Unser Ziel war es dabei, über ein Video-Format einen Mehrwert zu bieten, ohne dass sich irgendwas beim Podcast verändert. Fotografics News gibt es jetzt seit ziemlich genau einem Jahr und ich kann mir gut vorstellen, dass sich einige von euch schon ziemlich an dieses Format gewöhnt haben. Und ich muss sagen, mir macht es genauso immer noch ziemlich Spaß. Da man, na gut ich, bei Videos ganz gerne mal ins Club plaudern komme, halte ich mich nach wie vor an ein Skript, das ihr dann immer Samstagmorgens als Wochenrückblick auf unserer Seite lesen könnt. Im Video gibt es dann zusätzlich Bilder, Videos und natürlich einen etwas persönlicheren Newsrückblick. Ein wenig muss ich mich dabei natürlich auch eingrooven und vielleicht werden sich hier und da noch ein paar Kleinigkeiten ändern. Über Tipps und Feedback, auch zu meiner aktuell eher minimalistischen Deko, würde ich mich natürlich freuen. Beide dabei im Hinterkopf, dass wir für Fotografics News jetzt kein professionelles Studio anmieten. Stattdessen lade ich euch einmal in der Woche in meine Wohnung ein und baue dafür ein kleines Studio auf. Ich hatte Marc schon die Idee vorgeschlagen, in den nächsten Wochen mal eine kleine Studiotour aufzunehmen, falls sich das interessiert, wie man ein kleines und simples Heimstudio einrichtet und was man dafür alles so braucht. Ihr seid ja schließlich auch alle interessiert an Videografie und Fotografie, vielleicht ist es ganz spannend und vielleicht habt ihr auch schon mal überlegt, mit YouTube anzufangen oder vielleicht Videos für den Heimgebrauch zu machen. Und ich kann euch verraten, so schwer und teuer ist es gar nicht und ich persönlich finde, es ist doch bisher ganz schick geworden. Bei Interesse gerne in die Kommentare und diese Geburtstagsfolge von Fotografics News ist also auch schon fast wieder vorbei. Die allererste Folge habe ich übrigens am 11. März 2023 hochgeladen und seitdem sind jetzt 50 Folgen dieses Formats erschienen. Und egal, ob ihr direkt am Anfang, mittendrin oder gerade heute zur ersten Folge mit dabei seid, vielen, vielen Dank für die Unterstützung und fürs Zuhören. Somit gab es auch noch nie eine bessere Gelegenheit zu sagen, abonniert Fotografics News doch, egal ob bei Spotify, Apple Podcast oder eben jetzt auf YouTube. Wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder. Auf Wiederhören. Cheers. Bis zum nächsten Mal.